ARD Text im Auftrag von Funk 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 Das war's für heute. Mann! Ja, gute Sache noch. Ja, leider nicht ganz. Ja, sehr gut. Entschuldigung. Also wild. Boah, alter! Ich melke ein Schaf. Okay. Freu mich für dich. Dass du das noch im Stream kannst? Scheiße. Mein Trailer. Nachtschicht tut's, alles klar ist hier im Chor. Da bin ich da in der Schicht. Viel Erfolg. Abbezülle und schön, dass du reingeschaut hast. Genau. Jetzt aber arbeiten. Er hätte nicht gesagt, aber arbeiten geht. Er hat gesagt. Das ist, wie wenn ich damals gesagt habe. Bei meiner Ausbildung, ich muss zocken. Wollen musst du? Ich müsste zu meinem Land Kundschaft. Hast du also deine Ausbildung gelogen? Ja, genau. Ist man kurz vor dem Ball, zack, kommt dann von Blue einfach so durchs Bild. Ja, ich hab nicht gewartet. Irgendwann nicht, ich hab doch reagiert. Ja, ich hab doch reagiert, ich war doch auf dem Weg. Ich hab doch erwischt. Ja, das hat jetzt auch erwischt. Ja. Oh, Gott sei Dank. Nein, scheiße. War nicht vorbei. Das Wunder im Bernd, ich sag's dir. Ja. Ich sag doch, das Wunder im Bernd. Freaky Banana, schön, dass du da bist. Willkommen zurück. Wir haben uns, wir pushen jetzt hier gerade jemanden mit. Dennis. Er pusht dir wen? Wir haben über meine BH-Küsse gelaufen. Weil ich gesagt hab, ich... ...pushen. Ja, pushen. Ich erzähl meiner Freundin nie wieder, dass ich stream. Ich hab in Ewigkeit wieder ne kurze Hose an und merkst sofort, ich find deine BH-Küsse super. Ich find deine BH-Küsse. Naja, sie könnten ein bisschen kleiner sein, aber ich find seine schon sehr üppig. Dann vernießt er meinen Chat wieder mit. Und die ganze Zeit hab ich deinen Chat offen. Ich merk's schon, aber... Willigstens jemand. Ja. Ich hab extra für dich keinen BH an, ne? Für wen jetzt? Ficke Banana. Besteh'n. Jaja. Ich hatte schon Angst. Das hat jetzt ein Stück gedauert. Für die Vorlage kannst du mir später danken. Ja. Ein sehr schönes Ding. Selber hat mir schon wieder ein 20 Sekunden Video geschickt. Von dir. Hi. Entschuldigung. Ich hatte den Ausfluss so nah an mir und ich konnte nicht. Ähm, könnte blöd kommen. Ist doch blöd gekommen. Ich hab's auch noch angekündigt. Dennis fliegt hier rum wie so ne Spirale. Das waren Spiralen. Dankeschön, Matze. Dankeschön. Was du ihm jetzt gesagt hab, hab ich mich auch gebracht. Und ich dachte mir, wie fliegt die Spirale. Weil ich wollt grad hochsteigen, um den Ball zu spielen. Und Matze von der Seite rein. Ja, das hab ich heute schon öfter gehabt. In der Merkzeit. Mann, ich bin alleine, lass mich. Warum du bist alleine? Du hast noch deinen Chat. Ja, Freaky Banana. Aber die ist halt nicht da. Ach, okay. Okay, also wir zählen nicht. Ja. Was nach dem Ganzen? Darf ich mit euch knütteln? Was willst du mit uns? Darf ich mit euch knütteln? Natürlich. Hm? Willst du doch erst kommende knütteln? Na, komm. Komm, komm, hab ich gefragt. Komm doch nicht mehr zum Knütteln. Ja, ich muss auf dem Team erst mal das Papier bringen. Ohohoho. Ich zähl ja. Ich dachte mit Arbeitskollegen, was am Anfang ist nicht so geil. Ja, ihr seid ja keine mehr. Ne. Ne, aber Streaming-Friends. Was ist das, Arbeitskollegen? Naja. Ich will auch knütteln. Ja, ist einfach. Komm her. Wie wollen wir also? Ich knüttel mit jedem. Ja, oh. Okay, wenn man ein Fan-Treffen gibt, das wird ein großes Knütteln. Deal? Wer ist dabei? Geht alles auf mich. Die Knüttelkosten. Die Knüttelkosten. Die Knüttelkosten. Die Knüttelkosten. Die Knüttelkosten gehen alle auf dich? Die Knüttelkosten gehen alle auf dich? Die Knüttelkosten gehen alle auf dich. Ausnahmslos. Oh, F***. Nein, tust du nicht. Ich mein, die haben dir das vielleicht schon nicht gesagt, ne. Aber die haben das Töten gewonnen. Das schnitt in der Mitte. Ach, das ist aber auch Schweiner. Warte. Bettmann. Ich hab die Memo nicht gekriegt. Ja. Wir mussten einfach immer etwas sagen, oder? Nö, eigentlich die typische, ne. Welche war das? Longjohns Chemies. At gmx.de Ah, da liegt es bestimmt in deinem Stamort noch. Ah, aber nur Prozent. Ja, das kann natürlich sein. Bis. Bis. Fenix. Oh, Mann, das ist guuuut. Ja. Oh, ich hab auch mal ein Ton. Ja, die kam ja von dir. Ich habe ja gesagt, es kommt ganz gut. Aber du hast nochmal geblockt. Naja, du hast nochmal geblockt. Wolltest du gerade einen Long Jungle sagen? Nein. Ich bleib hinten. Der wollte eigentlich bestimmt Long Jungle bloß sagen. Das ist dein Spielzeug, was ich letztes Jahr hast gekauft. Ich bleib hinten. Ja, kann jetzt aber nix tun. Weil jemand anders hat er vor. Alles gut. Ich verzeihe dir. Ach, das kann doch nix sein. Not so bad, war gar nix. Not so bad. Ah, Mats hat n reingeleitet. Äh, Mats ist schuld. Nein, Mats ist schuld. Was, ich glaube, ich bin gemacht. Naja. War keine Schuld. Endlich sieht's hier. Das war bei Minecraft. Auch jetzt kommt da die alten Geschichten wieder vom letzten Jahr. Mit zwölf Pfeilen drücken, das war die ganze Zeit so. Egal wo, Raft. Raft habe ich dich nicht getötet. Naja, aber dass ich das gemacht hätte. Ja. Das stimmt. Wir brauchen mich schon. Ey, wie sieht's denn jetzt eigentlich bei dir aus, Samstag? Ist jetzt ja oder nein? So, warst du jetzt Party machen bei dir? Ich würde bei mir. Wiss nicht, weil wir können. Nein, es passt. Gut. Müssen wir uns nur entscheiden, was. Gut. Rolle kann noch rüber zu fahren, haben wir gesehen. Ja, in welchem Fagy ist doch nicht schlimm. Der einzigen, die hier nicht faken. Naja. Hör doch, mit dem Fahrrad rüber zu fahren. Hast du hart? Ja klar. Hast du BMX wahrscheinlich nur. Die auf dem Mountainbike ist ein schwieriger, aber es geht auch. Auf dem Mountainbike? Also ja, in München normalerweise auf dem BMX, das ist kein Problem. Bei einem Coaster war das richtig geil, da brauchte man nicht mal mittreten, da hat es so eine Schwierigkeit drauf gekriegt beim Rückgrattsfahren, das war schon geil. Ich hab dich mal in die richtige Richtung und dann gelenk, Blu, ne? Vorbei. Da. Ist ja noch Verlängerung, da war ja was. Naja. Nein! Oh. Ich glaube, wir haben verloren. Oh, noch nicht. Achso, äh, Freaky Banana. Kurze Info vielleicht noch für dich. Äh, wir machen es auch so, dass wenn man auf meinem Discord, da kann man, äh, in Raum, da kann man auch, äh, Spielevorschläge machen, was man gerne mit... Guck mal, die Juni-Ball. Äh, ich bin! Also vielleicht Spiele vorschlagen, wo... Wo meinst du mal eine Chance dazu gewinnen? Das ist, Yuppie erklärt's dir mal. Das ist ja klar, wenn's einen Raum gibt. Ja, aber Yuppie kann es besser erklären, als ich. Ja, aber Yuppie kann es besser erklären, als ich. Woran das schon liegt. In welchem Raum. Frag mal Yuppie, Yuppie kennt sich da aus. Die managt das da so ein bisschen. Meinst du jetzt den DRM-Wunschraum oder was? Lass es sich mal Yuppie machen. Weil du es selbst nicht weißt, wo es ist. Ja. War ja klar. Nein, also du kannst Discord, kannst du auf meinen Discord scheinen und dann... Ach, fleck mich doch das. In Discord kannst du auf... In Discord kannst du dann den, äh, Raum vertreten, wo du dann auch Spielewünsche reinschreiben kannst, was du gerne mal mit dem Dream Team spielen würdest. Das kann Among Us sein, das kann Dead by Daylight sein, weißt du schon gemacht, jemanden außerhalb des Dream Teams. Kann aber auch gerne Rocket League sein, das kann mal alles sein. Wenn wir es auf deinem Schirm haben und dann sagst du, ja, wir supporten das, zocken wir das auch mal zu dritt mit anderen aus der Community. Ey, die hat 2K-Spielestunden, Spielerwahrung. Da spiele ich doch ja Rocket League gegen sie. Mit ihr, okay. Vielleicht, äh, Uno, mit der Falle ich mit dir. Ich bin mit ihrem Team gegen Meister. Bin ich gut. Geile, wärmebild. Ich entscheide, wie es läuft. Wärmesucher, let's go. Warte, warte, warte. Ich muss wirklich dieses Tor schießen, dann lese ich, was du geschickt hast. Du hast gesagt, ich möchte gerne Invite-Link richtig haben und nicht für den Channel, aber du kommst doch über den Invite-Link rein. Das ist doch nicht der Invite-Link. Äh, vom Game-Builds, wahrscheinlich. Ach nee, die hat den Kanallink, das ist nicht der Invite-Link, das stimmt. Ich glaube, falsche Link, der drin ist. Was? Hm. Wenn du bei mir Discord eingibst, da ist ja ein anderer Link, das siehst du daran. Das meine ich. Der Invite-Link ist deutlich kleiner als der Kanallink. Da ist doch Bock, wo er schreibt's aus, da kommt wieder den Channel. Oh, Mensch, du. Sehr schön. Aber das sind unterschiedliche Discords, ne? Das eine ist mein Discord, das andere ist der von Matze, wo soviel dazu. Nicht, dass du dich wohnst, da gibt's den Raum nicht. Denn der im Raum gibt's nur bei Matze. Wirst du mal da nicht trotzdem reinkommen? Mit dem Link ist noch Bock-Worst. Weiß ich nicht, ob die beispielsweise Backsteiner als die letzten rein sind, ob die mit dem Link rein sind. Oder ob die mit dem Invite rein sind. Hat's dir heute mal so was, 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 was? Nur bedarf im Invite-Link nicht. Massiv. Ups. Ja, aber warum? Herzlich willkommen in meinem Discord. Hi. Hi. Boah. Das drin. Sehr schön. Erst zwischen beiden. Na, Graduation. Wie gesagt, kannst du dir mal als Eingrunk, kannst du mal... Geht. Und, ähm... Fin? Irgendwas ab. Ich bin gestorben für eine bessere Welt. Alleiner Wälder, der ist mir besser gefällt. Und singen ist doch gar nicht aktiviert, gerade. Das war ein Not-so-Bett von uns, oder? Die alle an dem Ball vorbeifahren und der dann freie Lussball hat. Wenn da nicht sogar Matze dabei war. Jetzt hab ich das schon zigmal geändert. Der ist jetzt eigentlich ein Tor, ja, danke. Und mir ist alles sehr schön, du verstehst. Naja. Ja, du musst es in Social erinnern, dass da der richtige Ding drin ist. Oh. Wollt ihr mich flachsen? Jupp, das ging an uns vorbei. Was, was, was wollen wir? Mit Lachsen. Mit Lachsen. Hat uns schön rausgehäugelt. Nein, ich fand gerade die Tonlage so schön. Das ist von Kümmern. Hm. Ich wollte gar nicht schmort, da muss ich nach 10. Ich... Keine Ahnung, ist mein Stream, Schatz. Vergiss es. Ich find Schilder, dass sie genauso einen Latten-Schiss haben wie ich. Unsere Skills werden nochmal besser. Ja, ja. Also, uns hier so viel Skills muss man erstmal haben, dass man die Bälle so perfekt reinlässt. Ja, wenn das weitergeht, lese ich euch die Zukunft der Kao aus Kao-Koppen. In Kao-Koppen. Ja, kannst du machen. Das war auch Seeker. Ah, der ist noch gut gemacht, Rolle. So geht das. Muss man hier erstmal durch. Wenn Matze mit mir schlägt. Ich bleib hinten. Begegst du die stabilesten? Tja, ich bin ja klar, weil du das nochmal funktiert hast. Du kannst ja morgen mal Bananen erfragen. Was? Auf... Was soll ich hier Bananen erfragen? Was? Was soll ich Bananen erfragen? Hätte ich nicht verstanden, was du gesagt hast. Rolle kannst du mal Bananen erfragen. Juppie, halt doch's Maul, Mann! Ja, vor allem er richtet das ja selbst. Ein und andere spart er sich. Nee, das hat Juppie eigentlich gerichtet, nicht ich. Was? 8-Ball? Ach so, den hast du gemacht? Nein, der hat das, was du noch vorgeschrieben hast. Ich tue mir leid, ich muss mit dem Ball rum ein bisschen fahren. Das hat er, denke ich schon. Wie gebe ich in erinnern? Es gibt auch einen Clip beim Mati wie ein anderer Mikrofon. Was? Wie am Mikrofon? Wie ich an dem Mikrofon. Wie ich... Wie... Wie... Ja, wie wird das nicht? Wie ich an dem Mikrofon was? Der Horst. Eine Mikrofonstange. Ach, du meinst hier deinen... Deinen netten Tanz. Er hat's so getan, als könnte er's. Aber ich hab's gut getan. 3 Sekunden kommen, 4 Tore noch. Das geht. Drängt euch an. Jetzt ist es unmöglich für Jota. Das Problem ist, obwohl das Platz ja gar nicht der Weg ist. Was? Der ist ja ein Loka-Dempster. Warte. Nein, ich will keine Party gründen. Ich hab keine Freude. Und das stimmt. Das war ein Test. Ich hab's ja wohl, Freunde. Die beschreiten das zwar vehement, aber ich hab welche. Immer ein bisschen Jahrung, schade nicht. Du schaust dich schon wieder seine komischen Videos an. Ah ja, jetzt bist du alleine auf einmal da, oder? Du kannst auch selbst schreiben, ich schaff's auch nicht. Das ist immer so groß die Zeit. Wenn wir im Stream-Team sind, mach ich Werbung mit für dich. An all meine Freunde. Nächstes Mal schreib ich deinen Namen. Und all deine Freunde. Die zwei. Mann, das Blick war unbezahlbar. Okay. Als er das Video gesehen hat. Ja, du hast ja schon wieder auf dem Handy irgendwelche Videos angeguckt. Ich hab's mir noch nie angeguckt. Weil ich wundere mich eigentlich, dass ich mich noch... Sörst du was? Dass du dich noch nicht zu Boden schämst? Dass ich mich noch wundere. Nee, wegen Banana. Bezüglich was, Sam? Ja, das stimmt. Banana geht noch so. Ich los muss auf deinen Namen. Meinst du, dass du immer verwirrt? Boah. Fick doch. Jetzt hören wir doch mal mit den Kraftausdrücken und sind wir freundlich und nett. Da sagt man, du hast es gut gemacht. Er hat es ausgenutzt, hat ein schönes Tor erzielt. Herzlichen Glückwunsch. Alter. Tolle. Ja, bitte. Ich weiß, dass ich all tun. Im Gegensatz zu dir, du Junge. Schade. Oh, du? ein jugend und bitte ach so wegen dem klipp an der sprange alles klar ich habe verstanden ich habe mich gepustet was mich gepustet richtig ich mache ja nur fauber aber das machst du gut damit nicht bespören der der chat des lupen rein ja sehr schön blum wo brauchst du haben verpasst ja das ist noch nie richtig fertig das stimmt vor allem unserer folge bleibt mir das hat immer wieder zu spät gestaut das tut mir leid entschuldigung was ein chaos arbeiten was ist das genau auf die idee kam aber weißt du ich bin ich bin ja für euch da wenn ich arbeite ich wegschieben genau das hat jeder gesehen von euch das war ja was hat es damit zu tun zwei stunden die seite sagt das stimmt aber wir machen nicht bis morgen ich glaube es ist blöd ich muss morgen morgen neuen wichtigen termin kommst du zu mir nein richtig 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 ich muss zu meinem großen schiff was ist was ist los ich habe gesehen was wir auf twitch machen oh mein gott ja wir wollen ihn dennis nein den anderen nein weil der nicht nein darum geht es überhaupt nicht was hättest du gern mach den rein wenn du nicht richtig richtig so kann ich ich werde aber hat kein mensch machte keine sorgen für uns kommt sich leider falsch ich glaube okay drei tore ich werde 23 ich habe es ja genauso wie ich jetzt vor kurzem geworden bin dann ist ja cool war jetzt vorgestern so zu sagen war ja vorgestern ich weiß jetzt doch mal sie mir ist warm ich werde wahrscheinlich morgen auch kurz im stream machen ja